Die, die was gesagt haben, dass bei einem von den beiden hier fehlt noch ein Fahrzeug passiert, die ist natürlich jetzt erstmal schwer getroffen. Also wir sehen die Zeit noch weiter. Wohl Reifen hat richtig gefallen, aber da liegt noch ein Stein auf dem Wasser. Fischt das Fahrzeug bis der Reifen startet. Ja, da muss der Korrektur aus, wenn es unser Platz gefiss, dann wird nach Wagen um 50, doch mal hart zu berichten von uns Medischentum. Vielen Dank.